So meine Lieben, da sind wir wieder bei Darkenseeer. Irgendwas mit Might and Magic und irgendein zweites Sarret, der große Held der Helden, hat dieses Schiff verteidigt und wir sagten jetzt bestimmt so... Ich weiß gar nicht mehr wie du heißt. Na hallo, was ist jetzt hier los? Jo, ist kein Thema, ne? Sehr widerlich, wenn wir jetzt vorbei sind. Ich wollte mich noch an, was euch bedankt wurde. Na haaah! Zwischen. Wir sind in die Hände hoch. Kein Problem. Oh! Ja, was ist hier abgabend? Wir können das Schiff endlich ablegen. Wir können ja etwas verschwindet im Rahmen, um ihn zu sehen. Was sieht euch das mal an? Ich hab ein cooles Katana, das wusste ich ja gar nicht. Ja dann... Ja, Kaibudi heute. Für den Sarret. Schade. Vielleicht kriegt das nächstes mal. Tschüss, dumme Welt. Wir gehen jetzt in noch eine Dimmere. Bin ich mir ganz sicher. Was ist das jetzt? Hi! Ja! Die Arne. Tja, tot ist hier jetzt! Alles klar. So. Und deswegen haben wir Glück. Wir werden unsere Angegenheit nicht begrüßen. Wir können ihn hoffentlich aus der Lüge nehmen, obwohl sie ihn nicht schützt. Los machen! Der Tag ist da. Held des Tages. Das ist nicht durch. Der ist verletzt. Verartete den. hopp sorry Vielen Dank. Also wir seien jetzt alle Orks töten. Ist das nicht ein bisschen... Ah, mit wiederholten E-Drücken. Für halt die Fresse! Yes! So, was der hat ein Schild! 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 Guck, das kommt davon! Liana, wenn du nicht das machst, was der Saret sagt! Leck wegen deiner dummen Zauberei! Wir müssen Gas geben! Was? 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 Was ist Blut? Sei still jetzt! Mädel, geh doch aus dem Weg! Ich brauche mein Katana! Ich brauche mein Katana! Warum hast du immer diese Stich-Attack? Was? Was ist dein Waffe verloren? Was ist dein Waffe verloren? Ich brauche mein Katana! So, gibts hier was Feines? Ich brauche mein Katana! Ich brauche mein Katana! Holst Abflaschen mit Bären-Saft, Joooooooooooooh! Wir müssen alles erkunden Leute! Ein Ölbuch? Brauche ich nicht! Hier ist was! Ein Fälligkeitspunkt. Wir haben nur einen von dem, was wir eigentlich brauchen. Was ist jetzt schon wieder passiert? Warum hasst sie mich? Sag mal, was ist das? Warum hasst sie mich jetzt auf einmal? Ist das doof oder was ist das Spiel? Ich brauche Umgebung, ey. Du wirst gleich sterben, komm her. Sarit, warum gehst du da? Überraschung. Haller, er ist tot jetzt auf einmal. Was kommt davon? Wenn er zuhört, wenn Sarit was sagt. Hau ab! 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 ZACK! Sarit, wir müssen einen Weg hineinziehen. Mädel, ich weiß, dass das so ist. Ja, da geht's aber nicht rein, deswegen gehen wir andersrum. Heimisch mal, auch sauer mäßig. Das wäre super, wenn du das machen würdest. Oh, Eiltrank. Eiltrank. Eiltrank, Eiltrank. Ist gut. Oh, hier geht's runter. Hallo. Hallo. Ah, mir egal. Ich bin Sarit, ich kann alles. Oh, spinnen. Rabbefischer. Ich werde die Sicht einsetzen, um eine scheiß Spin zu töten. Nein. Das müsste genügen. Wow, was ist das? Was ist das? Das ist ein Parcal Rape. Nein. Jetzt bewegt euch doch nicht. Was soll ich denn euch umbringen? Das ist schon ein richtiger Schlechter geworden, nicht wahr? So. Jetzt schon wieder. Sechs. Ich hoffe, von hier kam ich. Oh. Oh, ja. Hm. Vielleicht sollten wir den Seilbogen, um ein Seil zu spannen, gleich benutzen. Ja. So. Was? Oh, ein Drache. Klipze. Wo hin? Okay, falscher Weg. Oh. 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 No Soul. Neiin. Bummen Nudel. Oh. Na ja. Das lernen wir alles. Ob wir den Drachen besingen können oder nicht. Das werden wir alles im nächsten GLYND sehen. Vielen Dank für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.